Jeder Punkt eurer maximalen Essenz erhöht euren Schaden um 0,5% und Knochenstacheln erzeugt 3 zusätzliche Essenz pro getroffenen Gegner. Also musst du dann Knochenstacheln nehmen oder was als Skill? Ja, ich glaube ich. Bis jetzt. Ne, ne, nehmen wir dann sowieso. Ja, dann musst du dir entzaubern, kaputt machen, damit du die Fähigkeit hast. Ja. Erste Fähigkeit ist das? Er klagt eher aus der Seite. Das ist das erste Rezept. Füllen, transportieren. Waffe reinlegen noch, ne? Ja. Das ist so krass und so hast du die Fähigkeit, ohne dass du die Waffe trägst. Das ist ja auch neu irgendwie. Ja, das ist krass, ja. Gibt's schon länger, aber ist es halt auch für mich auch nicht so. Hab ich auch erst ein oder zweimal gemacht. So, gehst unten auf die Waffe. Ja. Und dann wählst du halt das aus, die Waffe. Und? Du wählst das halt aus, ja. Und dann hast du die maximale Fähigkeit. Also normalerweise gibt's Waffendroppen mit 400% Schaden, mit 300% irgendwas. Bei diesem Würfel hast du die Max-Fähigkeit immer. Also bei mir jetzt 500. Okay. Und das sind jetzt vier, weil die Season 4 hat. Normalerweise darfst du nur drei Sachen machen. Ja, das ist das zweite Season Thema, dass du einen vierten Slot. Das ist krass, ja. Das hab ich jetzt so als Part 3 im Marrying, oder? Ja. Genau. So, dann, let's go. Juhu. Jetzt hast du den Spell und der Spell ist halt dementsprechend verbessert. Also ob du einen Legendary Alt hättest. Obwohl du es halt nicht hast. Okay, ja. Muss eins noch. Und jetzt, jetzt machen wir das Ding einfach, oder? Ganz normal Nephilim Portal. Soll ich aufmachen? Geht's los? Ja, es ist im Prinzip egal, wer aufmacht. Achso, okay. Jawoll, jetzt, let's go. Juhu. Ach rein, Juhu. Bin gespannt hier. Hey, wir haben Teddy Level. Lol, echt, schau mal, wir haben Teddy Level. Ja. Special Level. Ich muss unbedingt schauen, dass ich mein Heepier-Skill auf dem aufm... Auf ähm... AOE oder so, weil das ist ja beschissen so. Jetzt mich Level-Ziehen. Jetzt kann ich jetzt anderen hier. Ja, dann kannst du dir, bis die Frau zieht, äh... Kannst du rein gehen. Gnadenlos hast du gesagt, oder? Ja. Ja. Dass ich mehr Schaden zufüge, wenn sie unter der und der Prozentzahl sind. Cow Level... Ne, noch nicht Teddy Level hier. Es gibt kein Cool Level. Stimmt, es gibt keinen vergessen, ja sorry. Das habe ich mal gelesen. Aber das war, glaube ich, nur eine Lüge. Aber Self Buffs haben wir noch nicht, ne? Haben wir, haben wir als Krieger sowieso nicht. Ja doch. Es gibt ja ganz viele Fähigkeiten. Nein. Wo, wenn ich, äh... Wenn ich, äh... Wir haben Krieger halt so, äh... Doch, dass ich da mehr Stärke und sowas habe, dass ich mehr Ausdauer, also mehr Ding habe. Ist ja oft so. Weißt du nicht, welche Fähigkeit es ist? Kommt ja alles noch. Das sind aber keine Buffs. Das sind Paragon. Doch, die musst du doch jede Minute drücken, damit du den Buff aufrechter hältst. Oder was? Aber wie siehst du das? Ja, 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 ich weiß schon was anderes. Also sowas wie Schlachtruf halt ist ja das gleiche wie in VW. Hast du mehr Angriffskraft? Droh... Drohruf. Genau. Drohruf, Schlachtruf, dieser komische rote Kopf da. GZ? 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 Das ist eine Edelsteinverstärkung. Oh, Gold. Eiii, du hast das Ding bekommen. Schau was er bekommen hat, Alter. Du, wenn du... Du musst das aufsetzen, dann musst du Level-Ding. Den brauchen wir auch alle. Die hab ich schon an. Wo hast du heute den her? Ach so, ich hab ihn als Einzige nicht oder was? Noll, du Sack. Ich hab den eben gerade gekriegt. Da tust du einen Edelstein rein und dann der XP gibt und dann gibt er doppelt so viel XP, soweit ich weiß. Ja, genau, ja. Ja. Also, Lyrics Krone verdoppelt den Stein, den du oben drinnen hast. Du nassst. Wieso habt ihr das? Ja, war halt Lack, ne? Schweine. WB, Picasso. Gott, dieses Spell. Nicht genug Wut. Die Gelbe Teddy. Ach so, weißt du was ein Scheiß ist? Durch diese Legendary Ding habe ich keine... Habe ich keine Wuterzeugung mehr, weil ich verbrauche Wut. Oder nicht? Weil, äh, mein Heap gibt mir, äh, doch erzeugt sechs Wut, aber so wenig. Ich brauche einen langen, aber echt einen dritten Bülscher. Hast du doch, oder nicht? Ne, ich hab nur zwei. So. Dann könnte ich halt schön auf dem dritten ist den Guide oder so offen haben nebenbei. Oh, hier kommen wir schon Pflanzen. Blitzer Wut, ne? Ich krieg halt nie Wut irgendwie. Ich kann halt nie zerfleisch drücken, weil ich nie 20 Wut habe. Ja, Stufe 12. Leichenexplosion. Okay, mach ich mal. Hallo. 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 Ich bin jetzt... Noch bin ich so begeistert. Voll langweilig, was ich hier machen grad. Voll, voll langweilig grad hier mit dem rumlaufen. Also ich krieg keine Wut, also es passt mit meinem Squad hier nicht so. Ich krieg... Spaß nicht hier, die ich hier hab gemacht hab. Warte, ich hab mit zwei Angst bekommen. Achso. Achso. Übrigens, ähm... Für jedes Legendary, was man anhat, wird der Klon noch stärker. Okay. Okay. Also, vorher ausziehen, geht das? Wir brauchen den Feind. Ich kann keine Wut aufbauen, ey. Ich krieg keine Wut. Null. Ich will ein CD spielen. Gut. Ja, weil du... Diese scheiß Legendary da hab. Nein, weil du den falschen... Wenn du die falsche Attacke brauchst hast. Ja, ich muss einfach... Ich, äh... Ich muss, äh... Zerfleischen rausnehmen oder so. Weil ich kann ja nicht zerfleischen drücken. Ja. Also ich hab nie Wut, um zerfleischen auszuwegen. Ja, du... Nimmst auch, äh... Spalten und... Ich hab... Heap... Erzeugt sechs Wut... Sechs Wut pro Heap. Aber mit diesem Legendary verbrauch ich Wut wieder. Oder anscheinend. Ja, deswegen benutzt du auch Spalten und, äh... Heap. Das ist komisch. Du... Du nimmst zerfleischen raus. Hab hier fast abgesucht gar nichts, ja. Aber da hab ich zwei Single-Dinge, was Ding bringt. Aber für was bräuch ich dann die Wut, wenn ich mit dem anderen die Wut kriege? Weiß ich gar nicht. Wenn ich mir zwei Fähigkeiten Wut erzeug, das bringt doch gar nichts. Und was... Dann hab ich keine Fähigkeit mit dem, was ich's für verbrauch. Ich muss das Legendary wieder rausnehmen. Das ist scheiße. Ja, das... Also das... Das kannst du im Prinzip eigentlich drinnen lassen. Ja, ne, aber das... Durch das verbrauch ich die Wut ja mit dem. Ich erzweig sie ja nicht. Schau mal, ich erzweig keine Wut. Erf... 100% auf den Guide-Turn ist auch Mist, wenn es nicht funktioniert. Ja. Oh, gut. Hm. Also gut, was ich erzeugen kann, ist mit diesem Stun einst. Und dann krieg ich keine Wut. Scheiße, Glückdings. Ich komm mal nicht weg, keine chance. Also das ist ein Schmarrn, das ist so schlecht, ich kriege halt keine Wut, weil ich die Fähigkeit durch das Legendary so verändern würde, dass ich keine Wut mehr kriege, wie anscheinend. Ich hab also nicht eingesammelt hier. Jo, 1-2 Mobs und dann haben wir's. Ah ja, Moin. Hallo. Ey. Jetzt hab ich was gewusst. Weg, 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 weg. Jetzt bei dem kriege ich aber einen guten Euter, bei dem Boss. Jetzt hab ich immer Max Blutsplitter. Jetzt guck ich die gleich weg, ausgeben. Okay, passt. Das ist nicht dumm. Blutsplitter brauchst du eigentlich noch nicht ausgeben. Ja, aber 11 Stück hab ich, kann ich nur noch sammeln. Wenn ich's auf Cap hab, dann ist er scheiße. Oder? Stimmt. Dann verschwende ich die ja. Das ist wieder. Alles da kleiner, ne? Ja, Alter. Ich zieh halt erstmal an, was ich halt nicht hab. Oder was ich besser hab. 30. Vitalität. Leben. Verbrauchter Wut. Ist egal. Ich zieh einfach das an, was die höhere Rüstung hat momentan. Jo, GZ. Ein Hand. Ähm. Kopf. Ein Hand. Plus maximal 2 Wut nehm ich mit Barbar. Noch besser. Schuhe hab ich gar keine an. Ah. Die ein Hand machen mehr Schaden als die zwei. Ich würde trotzdem zwei Hand behalten erstmal, würde ich sagen. So. Was soll das jetzt gehen? Nämlich die macht mehr Schaden. Schaden. 36. 31. Genau. Ich mach mit diesem mehr Schaden. Okay. Coolen Befehl. Wo ist das denn? Da. Oh. Okay. Hab ich. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen wegen diesem Ding. Ich muss noch mal kurz lesen, was die Legendary macht. Weil ich krieg keine Wut so richtig. Das ist ja total beschissen so. Hier ist das da. Was macht das denn nochmal? Heap verbraucht bis zu 40 Wut. Schau. Ich verbrauche jetzt Wuterstatt aufzubauen mit der Fähigkeit. Durch die Legendary. Ja. Deswegen tausche du es dann auch aus mit äh. Moment. Mit äh. Zerfleischen. Und nicht mit Spalten. Du meinst ich tausche zerfleischen mit Spalten? Verbrauch dann Wut. Wenn ich es habe. Bei 40 Wut, dass ich da mehr Schaden mache oder? Also ich mache jetzt hier zerfleisch. Ich mache jetzt hier Spalten mit Eruption. Und mache zerfleischen. Dann mache ich das ähm. Heap. Mit. Weiß ich nicht. Friert ein Gegner ein. Drei Sekunden kritische Treffer. Ja. Ist nicht gut. So. Ringe. Ach hier. Schmuck. Gut. Diese Splitter ist. Was der Max? 500. Gut. Gebe ich die einfach mal aus für Ringe. Wo ich noch keinen habe. Amulett. Genau. Wo ist ein Kadala hier? Ja. Da bist du. Das ist möglich. Ja. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn ausgeben? Für was? Für Dinger? Aber was soll ich noch nicht? Ich hatte zwei Ringe noch nicht. Und ein Amulett habe ich noch nicht gehabt. Nein. Für. Für. Amschienen. Achso. Nicht Kopf. Amschienen. Entweder Amschienen Zerstörung. Ja. Oder Amschienen der ersten Menschen. Einer von den Zweifel. Einer von den Zweifel. Ich habe schon besseres gesehen. Voll besser. Ja. Ich habe zwei Legendaries bekommen. Das erste Menschen. Angriffsgeschwindigkeit von Hammer der Uhr an. Und Schaden des seismischen Schmetterns habe ich bekommen. Ja. Das ist besser hier. Aber ich kann es sowieso tragen mit 16. Ja. Also. Brauche ich es auch nicht extrahieren oder? Nein. Soll ich die behalten? Die zwei Leggys? Nur zwei Teufel. Warum? Warum hast du jetzt auf zwei? Ich sagte eines von den zwei. Achso. Ich habe halt zwei bekommen beim Gamble. Ich habe einfach alles gegambelt. Alles auf Amschienen halt. Okay. Ja. Ist im Prinzip egal. Ja. Level noch eh und. Machen wir mehr. Zwar nicht zu viel. Aber ja. Ja. Achso. Ich habe Tüler ausgegeben. Ich habe auch alles gegambelt. Okay. Seismische Schmettern und Angstgeschwindigkeit. Wir haben bei der Uhr an. Im Prinzip. Im Prinzip könntest du höher stellen. Ja. Mach mal mal. Ja. Ob das hier. Ich kann es aber hier glaube ich machen. Nein. Ich kann reduzieren. Scheiße. Hier kannst du nur runter stellen. Hier kannst du nur runter stellen. Dann das Spiel verlassen. Ja. Alle oder was? Jo. Das müssen wir alle machen. Das kann ich nicht hier. Umstellen. Ja. Auf. Meister 2 höher gleich. Komm wir machen direkt. Ja. Schmal. Wir machen. Machen wir Meister. Aber es kommt noch Meister. Qual, gell? Ja. Qual. Qual 2 kann ich auch sogar einstellen schon. Na. Erstmal Qual 1. Ah. Wie hoch kann ich denn? Lol. Wie kannst du noch Qual 6? Ja. Ach du Kacke. Ja. Man kann von Haus aus Qual 6. Ja. Und wer könnte dann in der INI reduzieren die Ding. Also in der INI. Äh. Im Portal. Für mich ist alles eine INI. Für mich ist alles eine INI. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Für mich ist alles INI. Ja. Ja. Im Prinzip ist es ja auch. Im Prinzip ist es ja auch eine INI. Hm. Ich will aber an diesen Akt wo ich immer war. Wo ich mich wohlfühle. Wofür fühle ich mich denn wohl? Wo ist das? Akt äh. Ist das Akt 1? Ja. Der Akt ist scheißegal. Der Akt ist scheißegal. Der Akt ist scheißegal. Ja. Aber es gibt irgendeine Akt wo ich mich wohlfühle. Wo ich mich auskenne. Ich glaube das ist sogar der. Let's go. Was machen wir denn jetzt? Einfach weiter. Bis halt Picasso kommt. Da kann jeder einfach mitgehen. In die Portale. Machst du deine Ausforderungsdinge und dann kommst du mit. Solange wir noch Level passen. Wenn wir jetzt selber 70 sind und dich dann noch. Ähm. Ja. Du sieben ist im Prinzip blöd. Ist im Prinzip auch egal. Weil wir müssen sowieso erstmal. Ja. Deswegen kann er mit. Ich muss mal hier. Linke Maustaste drücken. Ich habe jetzt Wut. Okay. Jetzt kann ich die Wut mit dem ausgeben. Jawoll. Da habe ich mehr Schaden. Ja. Jetzt habe ich ja nicht Wut. Kann ich die Wut mit dem ausgeben. Ja. Perfekt. Das ist doch immer noch so einfach. Und nachher noch höher stellen. Später wird es dann halt. Müssen wir runter steigen wieder. Weil unser Gear steigt nicht so stark. Wie die Mob. Mobs. Ich habe am Schluss immer gelernt. Und Gags muss halt wie immer. Scheiße. Wo seid ihr denn? Ja. Hier. Du bist doch schon alles tot. Oder nicht? Ja. Wenn wir es getötet haben. Jetzt. Ihr seid ja Noobs ey. Macht immer so lange. So. 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 philosopherster. man kann doch noch nie kommen. die dich möchte helfen. Kann doch nicht alleine alles machen hier. Ich würde eher machen. Weil einer. Vorwerden muss. Ja. Der Healer ist schuld. Ja, ja. der Healer. du ja ich muss den täglich dazu hat du kriegst ja du renn schon wieder vor ja weil ich jetzt schon da bin weiß weil ich halt netten sofort kommt hilflos bin ich schon da du lässt mich immer auflaufen nicht im kampf looten sonst wird aus der gilde gekickt immer schön ist dann wenn der klasse labernet war kaputt ja richtig so hier ist genau man sagt es ich glaube bei dem spiel muss ich nicht mein großes headset aufsetzen das scheißegal da brauche ich keine steps hören dann kann ich meine kleines auf das wo ich nicht so sehr schwitze das eiserne herz schicken was ihr für leckes kriegt ihr säcke ich habe bis jetzt nicht einmal den kopf bekommen exp juhu ja jeder kriegt das was er verdient ja nix weil ich schon alles hab weil ich gesegnet bin weiß der kopf deswegen liegst du permanent weg ja aber hauptsache nicht im feuer hilfe weg da stay in fire dbs higher ja das ist gut ja ich habe ihn nicht gehört der hat der spruch den spruch geht schon so lange solange solange dbd gibt ehhh ww echt habe ihn nicht gehört aber stay in fire dbs higher ich weiß nur mehr rgb dann frames higher hilf helft stopp einer das heißt ihr das heißt ihr ja äh keksi das ist dieses äh diese schattenland auf dem alle sprechen siehste ich bin hier im dunkel komm lass uns blitzdings nehmen ja jetzt kommt natürlich keiner es kommt nix herzlichen weit spiebisch ja weil wir auch in die falsche richtung rein haben wir müssen es ja dann aufteilen irgendwie warte mal blau erwischt das müsste mal als season thema sein nur das haben nur blitzdings ja ach so das bist du ich wollte dich schon schlagen schicke alles klar hm hm klar 31 der beste ein ffa hier da war alles drauf alles drauf schicke ist auch näher zu unsympathisch aus deswegen musste muss der leiden wow elite 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 hier ich muss meinen nonnen die zu töten ist immer wichtiger au weil du mal vorläufst weißt du immer vorlaufen hier war aber meine erste wow ich bin gestunt das ist ein wichser weg 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 das ist die auto mach das dem oben hier lass uns hier friezen lol ich habe gestunt war zeitlich auch gestunt ich habe mich dreimal geopfert oder so da ist noch einer da ist noch einer ja dann tank ihn mal an ich komm dann jetzt ist ich keine aggro zieht ja weil sonst wieder im dreck liegst wie immer katastrophe ja das ist egal nächste ebene mann 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 mit euch ist es ist ja hier ne da hat mir torchlight 2 auf der konsule besser gefangen das war aufregen danke ach du scheiße ich bin irgendwie jahre zurück versetzt hier ich habe mich geopfert beste auswählte bei unfähigkeit danke ja was ist denn jetzt schon wieder stammt die mal weg stein top alter schüler gab es für schütt also jetzt ich kann mich nicht mal bei der leichte wieder überleben ja also ob ich jetzt den ganzen weg laufen würde nur jetzt das noch liegen bleiben kann ja kriege ich ja keine xp dann ich liege ich totliege das ist jetzt noch scheiß egal oh ja so bin ich echt hier ja ich also ich finde je mehr man stimmt desto mehr opfert man sich desto desto mehr desto heldenhafter agiert man und der wollte schon höher stellen machen wir ja gleich damit ihr auch mal sterbt oder wie das ist hallo ich war schon zweimal tot danke zweimal ich bin schon zweistellig hoch weg oh gott ist das schlimmste es gibt einen diablo laser fuck und das ist das was ich mit dem können mit der maus nicht nicht kann am controller easy wäre ich nie gestorben mit dem controller ja weil schau mich ich will jetzt weg gehen er geht nicht weg er bleibt da stehen weil ich hier hingeklickt habe auf dieses komische lebensding gegen hier du meinst one hit one da sagst du ach gescheit meine rüstung ist auf ripp ne ich bin in der stadt muss rappen ich muss einfach rappen in der stadt kriegst du auch keine exp egal ich komme stärker zurück was für ein scheiß spiel oh man ey wie langsam hey ich brauche irgendeine scheiß speed fähigkeit das ist ja katastrophe wieso lebt der immer noch töte das doch mal stell mich schon wieder gleich hier haben wir keinen haben wir keinen range oder range typ hier doch ich aber du machst ja nichts ich hab den stunt der ist stunt wow weg weg bewegt die wieso wieso schon mal ja wie soll ich denn sowas mit der maus spielen der bewegt sich einfach nicht ja geht nicht ich hab doch geklickt das ist genau das was ich meine ich kann das nicht ich klicke da hin er geht doch nicht dann klicke ich auf irgendeinen beschissenen mob dann haut er ist alles nur übung ich wege mich jetzt schon auf ist jetzt alles übung ist dann weg ich finde das halt einfach nur scheiß man nicht schau nicht weg steuern kann dass man über irgendwelche maus als wir irgendwie geimpfen muss ja ich konnte nicht weg ich hab ich klicke wenn ich mich weg bewege auf irgendwas drauf kann man das kann man das nicht mit controller spielen oder du kannst das probieren das ist die madeste steuerung im ganzen ganzen planeten lockt den mal hier raus bitte ich sehe doch da nichts wo wir da stehen wir sind dann schon kommt doch mal hier raus hier ist ganz viel platz lockt den mal raus ja das mal raus weil hier ist doch viel mehr platz na nur mehr meckert doch nicht die ganze zeit der ist halt entspannt äh ja auf der konsole ja pink aber mit dieser steuerung hier dass ich hier so die mausraste gerückt halte und dann stehe ich hier ne und will dahin klick drauf und dann geht er nicht dann haut er noch irgendwie äh ich klicke ganz weit links da hin ja ich klicke am besten in den chat rein warte kannst du auch drücken gedrückt halt wie mach ich das dass das auf jeden fall geht irgendwo hinklicken wo kein mob steht ja dann ok 20 mobs um mich herum ich muss ausweichen Moment hier ist einer da ist einer da ist einer tot bis ich den einen finde der nicht da ist bin ich tot als fingerlegers deniger sollte man sagen ja hat das also da pink hat recht spricht aus eigener erfahrung weißt du da hat sie selbst diese erfahrung gemacht und weiß genau wovon sie spricht dankeschön echt klick nova und was der was haut der mich so Hilfe jetzt bewegt euch mal was ist das denn hier wir können doch nach dem portal lesen was für fähigkeiten wir haben macht man das portal mal fertig also ich spiele ja lieber POE anstatt D3 aber sorry ich habe keine keine gicht in den finger und meine finger können da sehr wohl mithalten ja eine bildung ist auch eine bildung dankeschön für deine meinung ja das sagt er bewegen und dann bleibt er stehen ich musste wichtige nach wie im chat lesen das ist ja schlimmer als cod ich spawn bin tot ich weiß nicht ob ich jemals mit POE anfangen soll hier da muss da brauche ich jemand der mir das von anfang an beibringen weil das ist viel zu komplex ja wenn ich wenn ich nicht einmal das kann wie solches andere können kann man das mit controller spielen ich bin halt überhaupt kein controller fern aber die aber ist einfach controller liebe ja 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 vielleicht berät äh tut sich ja äh Pinkross mal bereit erklären mir Nachhilfe zu geben im POE kap ja ja ich bin dabei ja ich bin immer dabei ja da sind wir dabei alles gut uuuuuh uuhhh uuuhh uuhh uuhh uuhhh uuhh 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 Das war geil. Ja, ja. Sehr geil. Sehr geil. Ja, du warst gestorben. Ich will erstmal, ich will da mal hinzustunnen, ob er das ist. Stunnen. Also ich nehme mir deine Worte zu Herzen, Pink, dass ich entspannt spielen soll hier. Ich muss dann irgendwann an eine grüne Wiese denken. Ich halbe es auch zu jeder Szene hier. Grüne Wiese, ganz alleine. Aber irgendwie denke ich jetzt an einem Porno gleichzeitig auch. Ich weiß nicht. Ich kann nicht solche Gedanken haben ohne schweinischen Gedanken dazu. Wow. Alter, ein HP. Ja, aber nicht die ganze Zeit. Oh, hier, hier die Scheißfeuer wieder. Oh mein Gott. Oskar, hier bist du jetzt Leichen zerrn. Das ist cool. Das ist jetzt eigentlich mit Pika, du hast doch geschieht, musst du runtergeladen. Das ist eigentlich mit dir. Ich möchte, dass du auch stirbst. Du auch? Achso, ja. Ich bin einziger, der hinterher hängt hier. Pass über Platz. Jetzt bin ich 20. Da ist ein Leggy gedroppt. Dankeschön. Stiefel. Jetzt habe ich irgendwelche geilen Stiefel, dass ich mehr verspringen kann. Die muss ich nachher aufmachen. Auf geht's hier. Moment. Ich kann nichts mehr aufheben. Warte, schließt noch nicht das ganze Ding. Ich muss erst mal verkaufen, sortieren. Warte. Nur nicht schließen. Komm nicht. Edelsteine? Soll ich schon mal reinpacken? Im Sockel? Und kann er wieder rausnehmen, ne? Ja, ja. Kannst du dich. Aber wir gehen da schon mal 10% auf Hafen. Wollen wir da kurz nicht zumachen noch? Ja, ich habe sie bekommen. Die Sprungstiefel, Leute. Juhu. 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 Ja. Geil. Ich liebe die. Ich kann dann mehrfach springen. Ey, super. Das sind alle der geilsten Stiefel ever. Ich habe das Spiel durchgeschafft. Warte, ich muss kurz noch irgendwelche Sachen anlegen, die ich... 41. Ah ja. Warte. Ich mache dann einfach noch einen Ring. Okay, ich habe 23 nochmal skillen. Passive. Und auf 30 erst wieder. Okay. Sehr geil. Moment, ich muss looten. Ich spiele ja eine Frau. Da ist, wenn man Schuhe lootet, ist das halber Orgasmus. Merke ich. Weißt? Ring, Schuhe und Tasche. Mehrfache. Mach mehrfache Orgasmen. Okay, das ist ein bisschen wert. Aber okay. Ja, mal springen. Mitten alle Mops. Genau. Immer weiterspringen. Weißt du, wenn man? Ja. Ich bin auch dafür, dass Frauen in die Macht kommen und sind sowieso besser als die Männer. Find ich gut. Also, ich... Bin eben mehr pro Frau anstatt pro Mann. Weil ich weiß, wie scheiße ich bin als Mann. Von daher... Frauen haben schon genug Macht. Kann ich zumachen? Habt ihr alles? Ja. Schicke ich auch? Was, was? Jojo. Warte, ich muss verkaufen. Warte. Warte, warte, warte. Ich habe... Ich habe einen Charge. Ich muss meine eigene Skills mal bilden. Moment. Ich bin überfordert. So. Sprung kann der Mann von zwei Sekunden dreimal gewirkt. Geil. Dann kann ich noch schneller vorspringen. Die Mobs rein. Ja. Noch schneller. Scheiße. Welche Tasche. Nimm ich den Sprung. Malweise ist Sprung drei beim Krieger oder vier Charge. Ich habe hier... Was soll ich denn rausnehmen für das? Erdbeben, oder? Was ist denn die Fähigkeit, dass ich dann Erdbeben da lasse, wenn ich springe? Oder... Ist das die Armschiene, oder? Auf jeden Fall brauche ich Sprung. Das ist der War in B.O.W. Nee, aber beim Diablo gibt es eine Armschiene oder irgendwas, das dann unten am Boden dieser Flamme bleibt, wenn ich springe. Dann springe ich dreimal, dann sind drei... Irgendwas am Boden. Keine Ahnung. Du bist halt ein Noob, ey. Ja, das sagt ja der, der da passenlos im Dreck liegt, ne? Ruhe im Karton. Moment. Ich habe vielleicht noch gar nicht springen. Vielleicht kriege ich es erst irgendwann. Doch, habe ich. Sprung mit, ähm... Nach der Landung erhaltet ihr mehr Rüstung. Das ist gut, dann überlebe ich zumindest länger. Springen mit solcher Wucht in die Luft, das Gegner umkreist und 10 Meter Absprungpunkt 180 Prozent. Ich beim Absprung? Und werden sie noch verlangsamt? Oder mehr Rüstung? Ich mache mehr Rüstung. Okay, ich setze mir das mal kurz, ob ich das richtig ist. Juhu! 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 Sehr geil! Und dann noch Charge nehmen und dann... Geil! Warte mal. Cool. Noch nicht bereit. Zwei Mal. Zwei Mal. Geil! Ich bin angekommen! Ich bin durchgeschafft! Juhu! Ich habe jetzt den... Ich habe den Krieger mit dem Legendary von... Jetzt kommt der Fall raus zu sein. Ja, ich habe den Krieger mit Legendary von Legion, da kann man auch mehr verspringen. Hier. Einmal. Dreimal. Dreimal. Geil! So, aber jetzt... Der Sprung macht aber gar keinen Schaden, oder? Doch. Ich mache dann... Ich mache dann doch das andere. Sprung, dass ich... Dass die Gegner beim Absprung Schaden kriegen. Und verlangsamt werden. So. Aufstand für eine Stunnen. Diese zwei Dinge sind mir noch sehr, sehr suspekt hier. Spalten und Tee brauche ich fast gar nicht. Drohruf bufft mich, oder? Ja. Ne. Ein wilder Schrei, der lang verursachten Schaden aller Gegner reduziert. Das ist halt einfach, der dem Rising schaut. Stampfen ist dann. Hier überwältigen. Fühle ich nicht so. Warte mal. Jetzt habe ich was geiles. Jetzt passt mal auf. Ja. Warte ich... Oh Gott. Ich habe S... S und D, genau. Warte. Jetzt passt mal auf. Seht ihr? Seht ihr, was ich mache? Moment. Eins, zwei, drei... Und... Und... Und noch chargen. Hey, ich bin... Ich bin so mobil. Ja, können wir jetzt weitermachen, oder? Ja, können wir jetzt weitermachen, oder? Ja, können ja eh die ganze Zeit. Alles gut. Also ich halte euch ja nicht auf. Du bist ja. Ihr macht sowas in der... Du bist ja. Ihr macht sowas in der... Du bist ja. Ja. Juppi. Geil. Scheiße, ich bin wieder tot. Ach ne, das Laser-Ding hier. So viel zum länger leben, ne? Ja, ich habe es so wieder weg. Das gilt. Ich wollte eher damage haben. Okay. Ja, das mit dem Laser ist ja hier. Ich könnte ja kurz hinspringen. Ja, ne. Das ist wahrscheinlich nicht. Ah, ich komme gar nicht weg, oder? Es ist ja hier, also... Ich komme, wir gehen, kommen wir gehen, weil das doch doch scheißegal. Und der nächste Spinner hier. Ach, gescheiße. Ja. Ja. Erstmal Rippen. Oder? Ah. Ja, auch erstmal. Muss weg, muss weg. Boah. Ja, das ist halt ein bisschen sehr viel. Hilfe! Boah, ich bin hier am rumspringen und weg, weg. Alter. Ich gehe nächste Ebene. Bin nächste Ebene. Oben ist ne erste Ebene. Ja, ich springte immer oben. Ich komme gleich durch. Ich bin halt einfach weg. Okay, ich komme vielleicht unten. Kann ich hier kurz hinspringen, Max? Einmal kann ich mehr heilen? Ja. Scheiße. Nein, hier sind noch mehr welche. Fuck. Ja, alles voll auf weg. Ja, jetzt kommen hier auch welche. Mann. Gleich am Anfang in, äh, 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 ist. Heißt das kann. Stun ist drin. Stun ist drin. Ja, bin ich auch dafür. Ja, wir stellen gleich, wir stellen höher. Geht das Schwierigkeit reduzieren? Äh, ja habe ich. Habe ich gemacht. Geht leichter jetzt. Ja, kann ich leider nicht. Weg, weg, weg. Ich kann nicht. Boah. Oh, danke. Stun ist raus, aber... Debuff ist raus. Ja, komm, lass auf. Hau drauf auf den, ich kann gleich wieder stun. Stun ist raus. Äh, Heiltrank ist raus. Scheiße, Sprung ist weg. Ich bin weg. Ich gehe kaputt hier. Level Up hat mich grad den Arsch grettet. Echt hast du getrunken? Ob das geschmeckt? Das ist so scheiße hier. Oh man, ey. Ich gehe kaputt. Ich war ganz alt der Rage, als bin ich nicht mehr zufrieden. Wenn ich auf ihn drauf springe, haben die ja slow sogar. Und hier gesloat. 60% sind die Geschwindigkeit irgendwie, ich weiß nicht. Entweder haben sie noch fehlt, oder sind sie 60 gigas load. Keine Ahnung. Hallo. Na, hast du dich interessiert? Nee. Ich springe einfach nur so vorbei hier. Ich springe einfach so vorbeispringen. Jetzt springe es nur noch durch. Hier ist nichts mehr. Komm, hier kommt. Stimmt. Hab Ding. Mehr Erfahrung, SP. Für Polyphon. Polyphon, äh, Polygon. Keine Ahnung. Die 5G halt. Ey Goblin. Goblin ist am Start. Aber ich habe noch nicht gesehen und nur gehört, ich springe mal hier rum. Hab ihn. Hab ihn gestunt, totesam. Soll, dass ich ihm eigentliche Fähigkeiten sage, ich bin das von VRW gewohnt. Scheiße. Schatzgoblin ist sogar umgebracht. Ist sie schon da, oder was? Also, ich jump halt immer hin und stunde. Wow, und dann sterbe ich. Wo ist meine Rota? Das ist meine Rota. Und demmalisiere ich sie eigentlich, also... Ich bin verletzt. Also, ich... Ich spring hin. Verlangsamen sie. Stun sie und mach Dämonizing. Schau, dass sie weniger Schaden machen. Dann sterbe ich trotzdem. Einfach krass sind. Stun... Ich geb ich den Diva. Ich schlag einfach zu langsam hier hin. Hier ist eben was komisches. Schwer. Macht. Der macht. Warte, ich mach das zu gelben kaputt hier. Schwierigkeit ist besser. Ja. Wirklich scheiße, dass ich das nicht aufladen kann, den Sprung. Dass ich dann, wenn ich durch Gegner durch... Springe, dann noch mehr... ...Charge noch mehr springen kann. Hast du nur eine runtergeliefert, hast du runtergestellt? Okay. Nur eins, ja. Okay, ist krass. Eine Unterschiede. Jetzt sind wir halt auf Meister von Quale 1, glaube ich. Müsste das nächste sein. Du 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 du. Hier geht nix. Also ich bin, ich sag euch eins, ich bin schneller als mein Schatten. Wie Lucky Luke hier. Hier ist nix. Ist 70 immer noch ein Machtlevel? Jo. Ich find das voll geil. Chargen. Stunnen. Remoralisieren und dann entweder sterben oder sie sterben. Dann wieder springen. Springen. Stunnen. Stunnen. Oh, oh. Ach so. Gift. Ach, zwei Mobs hier. Ja. Keine... Beim besten Willen kann ich mit dieser Maus nicht so umgehen, dass ich da sich ausweiche. Das ist so nervig. Aber es geht eigentlich. Aber nachher, wenn du so überschwörbar kannst du ja überall durch eigentlich. Es geht. Passt das. Unlimit. Nächste Ebene. Was brauche ich denn, dass ich nach dem Sprung sowas liegen lasse? Es wird ein guter Kampf. Ich wurde getroffen. Zu viele. Ach komm, wir haben auch zweimal bereich. Alter ey. Alter. Ja. Zu viel. Ich kann doch nicht zurückhängen. Wo gehen wir hin? Am letzten Speicher? Ja, da bist du direkt hier am Anfang ja. Komm. Komm. Ich mach noch leichter, oder? Goblin. Ich muss aber gleich wieder rappen. Ich hab halt überhaupt keinen Schaden ey. Das ist halt. Ich mach egal was ich pull. Nonn. Liter. Nonn. Ich hab gar keinen Schaden. Ich muss rappen. Ich hab keine Lust mehr. Die Map ist auch scheiße. Wer war so dunkel. Wie ist das? Man sieht es. Eis. Nur mal rein. So. Es ist so gut. Und es ist so gut. Sonsten Snowden. So. Sonsten Snowden. Das ist schon gut. Sieht es so gut. Und es ist so gut. Die ganzen Map so ist. So. So. Ich versuche mir mal ein paar Sachen noch anzuziehen, vielleicht bin ich wieder ein bisschen stärker. Lol, ich komm hier mir sofort in einem Ding drin, gefangen hier. Stunnen? Komm, stirb du Dreckser. Oh, hab ihn. Hab den Scheißtyp mit dem Eis. Ach so, da sind ja noch mehr. Ach, das sind ja noch neue. Lol, wie viele Gruppen hatten wir denn? Alle? Alle? Alle, ja. Aber. Das ist das, was wir sonst so ein bisschen gefickt haben. Oh ja, passt ja. Die Stadt gerappt wieder da. Alles gut. Zack. Das ist geil, oder? Das ist geil, oder? Das ist halbes Diablo. Das ist halt immer so, oder? Mit diesem, keine Farbe. Goblin hier. Ich jump hin. Blutschlitter. Goblin. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Fick dich. Ey, dieses Gefängnis jedes Mal. Was ist das? So nervig. Oh Gott, danke. Oh Gott, danke. Ich glaube, ich wäre noch ein Füßchen im Kopf. Das kann ich leider nicht tun. Ich bin geheilt. Hast du den Kopf noch nicht getötet? Ich habe mich nicht mehr darum gefümmert. Wie? Es war halt... Ach. Man kommt her. Der Pokalwächter ist hier. Ja, leider verschwinden die Mobs nicht beim Portalwächter in einem normalen Ding. Geht weg ins Gefängnis. Geht nicht über los. Genau. So schaut es aus hier. Okay, der Typ, der nach vorne so viel Schaden macht. Ja, da muss man aufpassen. Ich versuche ihn zu stunnen. Ach, den kann ich gar nicht stunnen. Okay, Lul. Oh, Jui. Ja, ist gestunnt. Weg, er haut zu. Weg, nicht, komm. Ja, ja. Ausweichen. Ich kann gleich wieder stunnen. Dann ist raus, haut drauf. Ich habe die Buff. Ich gehe weg. Komm, spring weg. Er schießt gleich, oder? Er schießt. Wow, der porrelt sich ja noch. Hab ich vergessen. Stunnen ist raus. Ist dann. Hab ich vergessen. Okay. Mach kein rausch hier. Und weg. Dort. Der ist im Kopf. Er schießt. Äh. Ich habe wieder Stun. Ist raus. Hopp. Let's go. Jetzt tot. Jawoll. Yes. Ja, so ist geil. So ein bisschen. Was ist denn so ein bisschen hier? Mit, mit Taktik hier. Mit Stunnen und so. Finde ich gute. Halber Raid. Hier war Diablo. Geist gemacht. So geil. Scheiße. Ich darf's. Wenn mir das ja Spaß macht, dann wird ja auch wieder Spaß. Darf mir nicht Spaß machen. Ich muss, ich muss besser wie C und T werden. So raus, ne? Ach Scheiße. Z hab ich gedrückt. Ist ja noch ein Gesungter. Echt? Ach du Kack. So ist, so ist Gott voll ungefähr. So ist Gott voll. So musst du spielen Gott voll. Das ist halt, du hast halt überhaupt keine Sicht. Aber egal. Lol sagt, ich gehe in die Stadt zurück. Ja, ich sag auch Lol. Ah ja. Hat er ja schon vorhin die Sachen angelegt hier. Picasso noch leider nicht ready. Aber, aber jetzt wäre doch eigentlich der beste Zeitpunkt Picasso. Also wir fahren, äh machen ein Ding nach dem anderen. Zähigkeit weniger. Ist auch legendäre Hände. Ich mach mal Schuh. Braucht, musst du noch looten oder kann ich schließen? Kannst zu machen. Gut. Ich werde stärker. Ist ja nice. Wann kann ich... Ach nächste... Was ist das nächste Passiv, was ich nutzen soll? Was zeug ich dir gleich? Kannst du immer mal auf mir lassen. Was hab ich denn da bekommen? Waffenmeister. Waffenmeister. Waffenmeister, dass ich, äh... nur noch eine Quest abgeben. Achso. Äh... Erhaltet einen Bonus. Mehr Schaden mach ich da. Okay. Aha. Ja gut. Macht Sinn. Von mir aus. Jetzt muss ich schauen, dass ich diese... Fähigkeit... Ich möchte das haben, wenn ich... Wenn ich durch andere durchcharge, dass der Charge, der Cooldown weniger wird. Scheiße. Muss ich höher leveln, glaube ich. Hier. Jeder getroffene Gegner reduziert die Anbringzeit. Ist mit Level 33 erst. Das bin ich? Ah ja, ist er gleich. Aber du kriegst bei diesem... Mit dem Ansturm halt überhaupt gar keine Dinger, gell? Erst mit 27. Ist voll krass. Sollen wir bei Spalten immer Adoption lassen eigentlich? Ich baue jetzt komplett um. Ich mach... Ich mach Wut hier. Scheiß auf den Guide. Level so wie du Bock hast. Weiß ich mein... Ich hab halt nur Hebron wegen dem Legendary, sonst... Passt er ja nicht. Äh... Drohruf. Erzeug Wut und... Ich hätte da fast lieber so'n Buff oder sowas. Kampfrausch. 120 Sekunden. Irgendwie irgendein... Ah, ruft der Uhr an. Also okay. Gibt's nicht irgendein so'n Buff? Es gibt sogar noch Sprint. Da tu ich ja noch mehr Wut. Da kann ich ja noch mehr laufen. Noch schneller zu hoch sein. Noch mehr laufen. Ich mach das einfach mal als Gaudi. Ohne Scheiß. Ich hab jetzt nur Speed-Fähigkeiten in der Leiste. Scheiß auf Damage. Einfach durch halt. Easy. Aber wegrennt, weißt du? Ja, hier. Kein Ausdauer. Erstmal chargen. Springen. 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 Und dann noch laufen hier. Aber da brauch ich halt 20 Wut. Ich glaub das ist zu übertrieben hier. Ich brauch dann doch eine Fähigkeit, die mit einem Druck Wut aufbaut. 15 Wut. Das kostet wieder Wut. Ja, okay. Dann ist der Drohruf schon nicht schlecht. Den Kriegsschrei. Will ich den Kriegsschrei nehmen? Mit 2 Level nehme ich den Kriegsschrei. Dann krieg ich mehr Rüstung und Verbündeten sind irgendwie verwirrt oder so. Passt. Also wir können weitermachen jederzeit, ne? Also wir sind ready. Ihr wollt. Moment, Moment, Moment. Ja, dann baut du noch um. Kein Problem. Soll ich den Schiffen? Soll ich mir das holen? Ja, dann baut man um. Ich geh mal schnell Schiffen. Ach, du spielst jetzt WoW oder was, Picasso? Wenn wir hier bei Diablo auf dich warten? Das geht aber nicht. Jetzt bist du gebannt. Slash ban und gequit, gekill. Ge, äh, ge, äh, ja, leck mich. Ich geh, ich geh Schiffen. Ge, Rage Grid. Ja, Rage Grid. Jawoll! Kick, Ban, Flame, Perma, Igno. So, nun, hab ich's wieder. Was? Was für ein Ding? Ja, Mann. Schick dir mal eine Vorstellung an Frage. Ah, ja. Easy. Oh. Sky spielt Diablo. Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Was? Beides. Du weißt gleich. Ja. Aber nur Fenstermodus und Campe nur. Nebenbei. Nebenbei. Mount Camper. Da hab ich auch mit ihm umgedreht, dass keine Ressourcen fürs Großen dann passen. Da seh ich dich. Ja. Schiefer! Ruhe deinen Hintergrund. Ich komm mal auch kurz trinken. Ja. Da hab ich auch mit ihm. Dann weg. In der Nacht. Ja. Da hab ich ihn. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich weiß ja nicht.